Jetzt wird es aber Zeit hier, oder? Jetzt wird es Zeit hier für uns, wieder mal einen anständigen Podcast auf die Beine zu stellen, oder? Haare sind schön, bei dir hoffentlich auch. So, ich mache die nochmal hier im Monitor fertig. Ich hoffe, du hörst mich jetzt nur, dann siehst du das nicht ansonsten. Ja, ich benutze den Monitor meiner Kamera als Spiegel, um mich aufzuhübschen. Und nein, ich mache das nicht, bevor ich anfange zu drehen, sondern natürlich während der Dreharbeiten. Wir wollen ja schön authentisch bleiben. Du sollst meine Selbstverliebtheit am eigenen Leibe erfahren. Nee, jetzt also Spaß nicht beiseite. Heute widmen wir uns, und dazu brauche ich ein bisschen, ich wollte ein paar WhatsApp-Nachrichten währenddessen verschicken. Ich hoffe, das ist für dich okay. Und ein bisschen ein paar Social-Media-Streams und Newsfeeds durchgehen mir. Es wird sonst langweilig dabei. Ich kann meine Aufmerksamkeit hier nicht halten. Ich hoffe, es ist okay für dich. Also, was haben wir für Nachrichten? Nein, Scherz. Ich halte mein Handy jetzt in der Hand, um mich zu orientieren. Denn heute geht es um die größten Illusionen von Qigong-Lehrern und Lehrerinnen oder auch angehenden vor allen Dingen. Das heißt, was haben Qigong-Lehrer, Lehrerinnen? Und ich spreche im Folgen von Qigong-Lehrern ganz faul, damit ich nicht so viel Zeit zum Sprechen brauche. Ich beziehe aber alle Geschlechter mit ein. Und vor allen Dingen, die meisten sind ja eh Frauen. Also, würde ich mal. Obwohl, nee, bei Lehrern ist wieder ungefähr 50-50, würde ich sagen. Ja, egal. Auf jeden Fall. Es gibt riesige Illusionen und Träume, die eigentlich jeder Qigong-Lehrer hat und so Meilensteine. Und ich möchte ein bisschen den Betrug dahinter aufdecken. Ja, heute ist Investigativ-Korno am Start. Und nicht, dass die Lehrerbetrüger sind, sondern die Illusionen, die bösen Träume und Illusionen, was man alles möchte und erreichen möchte. Gerade auch hier in Deutschland. Und dass das nicht unbedingt so sinnvoll ist. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich habe hier mal so ein paar Beispiele aufgeschrieben, aber deswegen brauche ich das Handy immer mal wieder zwischendurch. Fangen wir an mit Nummer 1. Wir gehen mal direkt in die Materie. Ich erzähle heute mal noch genug von mir, denke ich. Da muss ich jetzt nicht noch. Und meine Haare habe ich auch schon schön gemacht. Wir legen jetzt mal direkt los hier. Also, Punkt 1. Krankenkassenanerkennung. Krankenkassenanerkennung. Das ist so ein Punkt. Das ist ein Punkt, das will eigentlich jeder Qigong-Lehrer, Lehrerin. Das las ich heute erst wieder zum Stichwort. Homöopathie ist gerade wieder zum Zeitpunkt dieses Drehs sehr in den Medien. Nur Placebo, alles Quatsch und so weiter. Das besprechen wir heute nicht, ob das Quatsch ist oder nicht. Das lassen wir offen an dieser Stelle. Nur, dass Homöopathie teilweise oder ziemlich von vielen Krankenkassen anerkannt und unterstützt wurde. Und, dass da noch mal im Allgemeinen davon gesprochen wurde, dass sozusagen die Krankenkassenanerkennung ein Ritterschlag für eine Methode ist. Dass also, wenn du es erst mal geschafft hast, dass du von Krankenkassen anerkannt bist, dann hast du es geschafft. Dann bist du etabliert. Dann ist der goldene Honigdorf offen. Dann ist deine Qualität gut. Dann bist du integriert in die Gesellschaft. Dann bist du einer von uns, wenn du Krankenkassenanerkennung hast. Um es noch mal kurz zusammenzufassen. Du brauchst dafür normalerweise ein Studium der Psychologie, musst Arzt sein oder einen pädagogischen Beruf haben. Also das schon mal. Musst dann auch an anerkannten Ausbildungsinstituten. Du darfst nicht in China zehn Jahre lang Qigong lernen. Das zählt nicht. Da bist du nicht gut genug dann im Qigong. Aber wenn du ein, zwei Jahre lang in Deutschland, in Hamburg oder München oder so an einem anerkannten Institut von der Deutschen Gesellschaft für Qigong oder so anerkannt, geprüft, zertifiziert bist und da eine Ausbildung gemacht hast. Zum Beispiel bei mir im Qigong-Club kannst du nicht eine Ausbildung machen, um bei der Krankenkasse anerkannt zu sein. Die sagen, Korno, wer ist das? Da kann ja jeder sagen, er würde Qigong-Lehrer ausbilden. Das ist nicht von uns abgestempelt und abgesegnet. Aber um direkt darauf zu antworten, ich lasse mich nicht von Leuten abstempeln und absegnen, die überhaupt keine Ahnung von Qigong haben, sondern dann nur gucken, hat der einen Lehrplan, hat der 500 Stunden, hat der 400 Stunden, 250 Stunden Ausbildung, dann ist er gut. Völliger Quatsch für mich. Was haben 250 Stunden Ausbildungszeit mit meinen Qigong-Fähigkeiten zu tun? Also bitte. Aber das sind halt, wie sollen sie es auch anders machen? Ich will auch mal dem deutschen Bürokratentum zu Hilfe springen. Wie sollen sie es auch, irgendwie müssen sie es ja regeln. Und es ist ja auch gut, dass nicht einfach jeder, man kann ja wirklich alles, alles erzählen und sagen, ich bin der Großmeister und ein anderer soll dafür zahlen. Nur das ist nach wie vor so ein Ding. Krankenkassenanerkennung, das habe ich auch schon durch das Thema. Ich hatte damit eigentlich schon fast aufgegeben, habe dann aber mal bei einem Gesundheitstag der Barmer, damals noch nicht Barmer GK, sondern Barmer Barmer, der Barmer, irgendwo auf dem Land, habe ich einen Gesundheitstag gemacht und da war so ein kleiner Chef von der Barmer und der sagte, du sag mal, du hast ja so eine Probestunde gegeben, bist aber schon bei uns in der Liste. Und ich sage so, nö, ich bin nicht bei den Krankenkassenanerkannt. Und er sagte, du bist nicht anerkannt, ich habe doch eben mal die Studie gemacht, deine Qualität, das ist nicht anerkannt, Moment, warte, ich kümmere mich drum, du musst nichts machen. Auch keine Anträge, nee, 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 nicht Anträge. Lass, lass mal, wir sprechen da nicht mehr drüber. Nichts mehr von gehört und ein halbes Jahr später rufe ich dann mal an bei der Barmer und sage so wie ein Kollege, der, ach ja, der, ja, 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 den kannte die auch sofort, der hat gesagt, nö, bist du hier schon lange in der Liste drin? Das heißt, der hat mich da einfach reingepackt, so ganz unformell. Und dann war ich da auch jahrelang drin und Barmer hieß dann, wenn du bei der Barmer anerkannt bist, wenn andere Krankenkassen früher gefragt haben, konntest du sagen, ich bin bei der Barmer, hier Bestätigung und dann haben die dich automatisch auch aufgenommen. Dann ging es dazu über, dass die gesagt haben, jede Krankenkasse selber, du musst bei fast jeder Krankenkasse dich einzeln bewerben mit einem sehr komplexen Bewerbungsverfahren. Da erfährt man erst einmal, wie viele Krankenkassen es in Deutschland gibt und dass du dann in Zukunft nicht mehr Qigong-Lehrer in erster Linie bist, sondern Krankenkassenmanager. Das heißt, deine Kursteilnehmer, die kommen vor und nach dem Kurs zu dir und reden mit dir darüber, wie das mit der Kostenübernahme ist, wie du die Krankenkassen anschreiben kannst, wo du wirklich merkst, okay, ich soll für die Kostenübernahmen organisieren. Und viele haben dann auch den ganzen Kurs ängstlich nur immer im Gesicht, du siehst es schon, das Geld. Wie kriege ich mein Geld zurück? Wie kriege ich mein Geld zurück? Es wird viel Qigong-Interesse und Kapazität geraubt durch dieses, dass immer, wer bezahlt mir das? Wer bezahlt mir das? Bloß nicht ich selbst, einen Cent. Ich gehe Kaffee kaufen, einen Porsche kaufen, sonst was. Alles kaufe ich mir, Waschmaschinen, alles. Und von dem auch noch das Beste. Aber Qigong, das ist nun wirklich was, was ich nicht selber zahlen sollte. Weil da geht es ja um meine Gesundheit. Und Gesundheit, wissen wir ja, sollte man nicht selber zahlen. Genau da bin ich anderer Meinung. Und um es jetzt einmal abzukürzen, ich habe dazu auch schon mal Videos gemacht, zu dieser Illusion, dass alle dieser Krankenkassenzertifizierung hinterherlaufen. Ich habe mich dann, als es dann mal wieder, ich war dann wieder anerkannt, habe dann wieder Leute angeschrieben. Ich war aber schon so genervt von ständig, dass ich das Gefühl hatte, bei manchen Kursstunden, es geht immer nur um die Krankenkassen. Und haben die überhaupt ein Interesse, bei mir Qigong zu lernen? Oder wollen die nur Geld? Ja, gefühlt. Ich war da wahrscheinlich auch ein bisschen getriggert, hochsensibel, aber wirklich Hals. Ich hatte Hals. Also es hat mich wirklich verbittert. Ich dachte so, einfach zu viel Herz für Qigong. Und wenn dann, da habe ich kein Verständnis. Wenn man dann sagt, okay, hier am Schluss gibst du den Zettel, den kannst du einreichen, kriegst das Geld. Aber das klappte dann häufig nicht. Und dann musste ich das regeln, nicht derjenige selbst mit der Krankenkasse. Ich musste mich mit den Krankenkassen in Verbindung setzen, um dann zu betteln und anzuschreiben, wieder Formulare auszufüllen und Kursstunden, Übersichten zu machen und hoffen und bangen, dass das irgendein gut gelaunter Krankenkassenmitarbeiter ganz willkürlich dann mal absegnet oder halt sagt, nö, das nicht. Da ich aber kein abgeschlossenes Studium habe, weder als Pädagoge noch als Arzt, noch als Lehrer, noch als sonst eine anerkannte Berufsgruppe, habe ich sozusagen gar keine Chance, egal wie gut ich Qigong mache, ob ich das 30 Jahre lang im Kloster gelernt habe. Es wird hier nicht anerkannt, weil die sagen, nach unseren Maßstäben hast du keine Ahnung. Das darfst du nicht. Wenn du Psychotherapeut bist, dann bist du ein besserer Qigong-Lehrer. Dann wird das anerkannt, als wenn du 20 Jahre lang in China gelernt hast. Dann, nee, das übernehmen wir nicht, weil das ja unseriös ist. In China Qigong zu lernen, unseriös, in Hamburg oder München am Institut das Schulisch zu lernen, das ist da, kommt am Ende Qualität bei raus. Das unterstützen wir. Und bei so einem Denken, da bin ich raus. Da bin ich wirklich Rebell und Systemsprenger und sage mir, ihr macht doch euren Scheiß alleine. Da ist wieder mal Corno als Rebell. Ich bin da auch nicht, ein Teil von mir sagt, juchhe, Corno, genau richtig. So macht man das dann auch. Ein Teil von mir sagt aber auch, Corno, ja, das ist wieder ein klassischer Corno. Kann der nicht mal ein bisschen entgegenkommender sein und dann mal eben bei noch ein Heilpraktika machen und nochmal Medizin studieren nebenbei, damit das alles seine Ordnung hat? Wie oft wurde das an mich herangetragen? Ich solle doch nochmal eben Heilpraktika machen oder Medizin studieren. Dann hätte ich es doch viel einfacher und das wäre doch alles viel besser. Die hatten alle recht. Das wäre auf vielen Ebenen einfacher gewesen, nur es wäre aus meiner Sicht kein echtes Qigong mehr gewesen. Ich hätte ja meine ganze Zeit in irgendeiner Ausbildung stecken müssen, die ich dann anstattdessen in meine Qigong-Praxis gesteckt habe, um in der Qigong-Übung tiefer zu kommen. Das war so mein Investment. Und natürlich kann man sagen, das ist dumm, wenn man in Deutschland anerkannt werden will von Krankenkassen als Mitglied der Gesellschaft. Das ist echt dumm dann. Aber da dachte ich mir doch, nee, die Qualität der Qigong, die habe ich deutlich priorisiert. Und bis heute stehe ich dazu. Und das Schöne war dann, als dann wieder mal irgendwie, ich war noch teilweise anerkannt von vielen Krankenkassen, schon genervt und dann kam wieder so, jetzt wollen wir das vereinheitlichen, alle Krankenkassen deutschlandweit und machen wieder völlig neue Regeln. Das heißt, alle deine Anerkennung gelten gar nichts mehr. Du musst dich wieder von Null bewerben. Und das war mal eine Zeit lang alle, gefühlt alle ein, zwei Jahre, musste man sich generell ganz neu bewerben, weil die immer wieder die Regeln neu aufgestellt haben. Und es wurde auch immer schwieriger, die Hürden immer höher, dass möglichst keiner mehr anerkannt wird. Oder wirklich, es ist sehr, sehr schwer, da eine Anerkennung zu bekommen. Und da habe ich dann gesagt, nö, weißt du was, diesen Stress. Und wenn sie mich alle verlassen und ich zum Schluss obdachlos auf der Straße sitze und da alleine Tschigung mache, bei Regen und Sturm, will ich nicht mehr, mache ich nicht. Nee, ich mache keine Krankenkassengeschichten. Wer sagt, wer bezahlt mir das, dann sage ich, du, du zahlst dir das selbst. Und wenn du dir das nicht wert bist, den Kurs zu zahlen, findet der bei mir nicht statt, der Kurs. So, so ist es. Und das Krasse war, da hat wirklich das Schicksal mir, dieses Aha-Erlebnis, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, hat das Schicksal mir alle Türen geöffnet. Und von diesem Entschluss an, als ich das nur wirklich, ich habe es dann Steffen erzählt und gesagt, so, ab heute läuft das so, Punkt. Und jetzt halten wir alle die Luft an und hoffen, dass wir überleben oder gucken, was jetzt passiert. Dann habe ich das kommuniziert an alle und was ist im nächsten halben Jahr entstanden? Damals habe ich auch noch viele Kurse gegeben. Es sind mehr Leute geworden, mehr Schüler. Es sind deutlich mehr Schüler gekommen als vorher. Und ja, die haben auch gerne noch so einen Spruch gelassen, wie, kann ich das nächste Mal zahlen, immer Geld vergessen und so. Es war immer dieses Korno-Geld-Probleme, Schüler auch immer irgendwelche. Ich habe dann immer Schüler angezogen, wie ein Magnet, die dann auch immer irgendwie Schwierigkeiten, immer Quälereien mit Geld und sonst was. Das ist heute zum Beispiel auch nicht mehr so. Es hat sich dann noch mal wieder komplett geändert. Heute ist das überhaupt nicht mehr das Thema von wegen, ich habe das Geld heute nicht dabei und ich zahle es dir drei Monate später und dann muss man da noch zweimal hinterher telefonieren, bis man das Geld dann bekommt. Wirklich schon, da ich war zum Teil, habe ich mich wie ein halbes Inkasso-Unternehmen gefühlt, weil ich wirklich, und das ist so peinlich dann, wenn Leute nicht zahlen, auch nach einmal, zweimal persönlicher Ansprache und immer, oh, ist mir selber so peinlich, ja, ich zahle ja, aber ich habe es heute nicht geschafft und letzte Woche auch nicht. Oh ja, und dann überweisen es dir wieder nicht. Und in manchen Fällen habe ich es dann auch nicht mehr eingefordert. Dann einfach gesagt, ja, dann eben nicht. Dann verdiene ich dieses Geld nicht. Ich zeige denjenigen jetzt nicht bei der Polizei an, habe ich keine Lust zu. Ja, aber muss es denn so sein? Das war so die Geschichte mit Krankenkassen. Also meine erste Empfehlung, Illusion, diese Krankenkassenanerkennung mit meiner Erfahrung. Und ich sage dir jetzt einfach mal, dass ich verallgemeine das jetzt mal, dass ich sage für mich und so gebe ich es auch an meine Schüler weiter, die selber Lehrer Ausbildung machen, selber zu Lehrerinnen und Lehrern werden. Vertrau auf dich, auf deine Ausstrahlung und auf das Wudan-Schigong und lass die Leute selber für ihren Kurs zahlen. Das ist ein wichtiges Element. Diese Entscheidung, meine Gesundheit ist mir etwas wert. Dafür verzichte ich notfalls auf etwas anderes, weil Gesundheit und dieses schöne Lebensgefühl voller Leichtigkeit und Freude ist mir mehr wert als der dritte Urlaub im Jahr. Durch Chigong wird das ganze Jahr wie ein kleiner Urlaub. Oder ich habe immer wieder Urlaubsmomente, auch im Alltag, weil ich Chigong habe. Und das gönne ich mir. Und es ist auch wichtig, dass das kein anderer für mich zahlt. Das ist meine Angelegenheit. Da hat keine Krankenkasse mir da rein zu funken, bei wem ich wann, wie, wie oft Chigong machen darf. Das ist mein Ding, mein Ding zwischen mir und meinem Lehrer. Und das ist, finde ich, der gesunde Spirit. Die Illusion ist aufgedeckt und das haben wir überwunden. Und wenn du in einer ähnlichen Situation bist, geh den Schritt, trau dich, du wirst begeistert sein. Krankenkassen ade. So, das war aber nur die erste Illusion. Wir haben da noch was auf dem Schirm. Oh ja, Nummer zwei, Nummer zwei. Eigenes Zentrum, mein eigenes Zentrum eröffnen. Yay! Das ist die zweite Großillusion, der bin auch ich anheimgefallen, dass eigentlich, sobald man Lehrer wird, eigentlich schon während der Ausbildung, was ist so dein letztendliches Ziel? Ziel ist für die meisten nicht, dass sie unterrichten, lehren, Einzelerlebnisse haben. Wenn man das natürlich direkt anspricht, sagen sie natürlich, ja, natürlich auch. Aber wenn du sie fragst, was ist denn so dein Ziel damit, würde ich mal sagen, sagen 90 bis 100 Prozent, ich will mein eigenes Zentrum. Das, wo der Laden so läuft, wie ich das will, wo die Räume schön sind. Ich habe da auch eine Vorstellung davon. Bei designverliebten, sensiblen Wohnungseinrichtungsleuten, viele haben da ein ganz feines Gefühl, viele Qigong-Praktizierende, sind da sehr sensibel, was Design und Form angeht, auf eine positive Art. Die haben dann auch schon eine klare Vorstellung, wie so ein Übungsraum aussieht, wenn sie den selber gestalten würden. Also diese Selbstverwirklichung und dass dazu ein Zentrum gehört und der Wunsch, ich möchte einen Ort der Übung, der Harmonie, einen schönen Ort erschaffen. Das möchte ich der Welt schenken. Das soll mein Lebenswerk sein. Ein Zentrum aufzubauen, wo wundervolle Dinge geschehen, wo Heilung geschieht und ich bin derjenige, der das aufgebaut hat und da, boah, geil. Und dann muss man auch nichts mieten und du kannst dein eigenes Ding machen und so weiter und so fort. Damit fängt man ja normal nicht sofort an, sondern fängt erst mal an, klassisch. Ich zum Beispiel habe Unisport, Sportvereine, in irgendwelchen Institutionen, katholische Familienbildungsstädte oder so. Da bin ich nie reingekommen. Da waren immer andere. Leider, ich wollte da auch Kurse geben. Evangelische Familienbildungsstädte auch in Osnabrück war immer besetzt durch andere Stiegungenlehrer, die da langzeitmäßig, schneller als ich da waren und da konnte ich da nicht geben. Aber Volkshochschule, Volkshochschule auch nicht, aber die Räume habe ich da mal angemietet. Das sind so die Klassiker, wo man erst mal anfragen kann und wo die meisten anfragen. Aber da tust du halt immer rum und du bist nie zu Hause. Du bist immer Gast in irgendwelchen Klassenräumen oder Turnhallen, die kalt sind, stinken, Schlachthofbeleuchtung, Turnhallenbeleuchtung und dabei dann entspannt euch und so. Oder dann in der Nebenhalle werden die Medizinbälle, das hatten wir dann auch schon mal, oben drüber. Das war so vom Sportverein im Kneipenraum, wo das noch nach Bier riecht und nach Zigarettenasche. Da dann üben und oben drüber war die Turnhalle, wo dann 20 Minuten nach Kursbeginn die Medizinbälle kamen und dann nochmal später die Basketballer. Also es war immer so ein Gebum, bum, bum mit 10, 20 Bällen gleichzeitig und dabei dann so und jetzt Stehübungen, Naturübungen. Geil, eigenes Zentrum. Das macht dann doch Sinn, oder? Hatte ich eigenes Zentrum und man kann ja auch sagen, hier, das hier ist ein eigenes Zentrum. Also was, wenn nicht dieses hier? Ich würde dir davon aber abraten. Also wenn du wirklich gut in der Materie bist, gut Geld verdienst und so eigene Büroräume oder so, ja, aber ein richtig eigenes Zentrum ist so viel Arbeit und ein so großer finanzieller, so eine große finanzielle Verpflichtung, denn es ist selten so, dass da einfach ein Zentrum ist und du gehst rein und das ist dein Zentrum und du gibst Kurse, du musst da investieren. Entweder du kaufst das Haus oder du mietest es und du musst schon mal die Miete jeden Monat aufbringen. Für ein Zentrum brauchst du große Räume. Große Räume, natürlich kannst du sagen, ich gehe ins Industriegebiet. Ganz schlau. Nur wer fährt dann immer zu dir ins Industriegebiet? Nicht jeder. Innenstadt ist schon nicht schlecht dafür oder gut erreichbar mit Bus und Bahn und Autos oder so. Und dann finde mal was dafür, was denn die Atmosphäre hat, was die richtige Größe hat. Da habe ich jahrelang gesucht und dann hier um die Ecke in Osnabrück einen Raum, den damaligen Kursraum gefunden. Der hatte wirklich alles, was er brauchte, aber es lief nicht. Und es war dann nur dem Geld hinterherlaufen, der Miete hinterherlaufen, die zusammenzukriegen, um ungefähr bei Null rauszukommen. Das habe ich dann an Steffen abgegeben. Der hat dann den Kursraum übernommen und mit dem Ziel eigentlich, da den unterzuvermieten, dass man sagt, es ist ein toller Kursraum, den können alle Leute, Tanzkurse, sonst was. Geiler Raum für Meditation, Sport, sonst was. Nee, Sport jetzt nicht, aber Tanzen und Meditieren und Yoga und sowas. Aber da waren auch ein paar drin, aber das hat sich alles nicht gerechnet. Das war nicht Steffens Beruf mit Leib und Seele, diesen Raum unterzuvermieten. Und daher hat er da viele, sogar auch jahrelang draufgezahlt, Steffen, als ich den Raum abgegeben hatte. Und jetzt hier trägt sich das einigermaßen ganz gut, dieser Raum hier. Der ist allerdings auch sehr klein. Also der andere Raum war zwei bis dreimal so groß, würde ich sagen, aber auch zwei bis dreimal so teuer. Und das ist halt die Geschichte, dass du mit einer großen Wahrscheinlichkeit, das ist dann wie ein Kind noch. Das heißt, nochmal um es kurz zusammenzufassen, es bindet unheimlich viele Ressourcen, energetische Ressourcen, geistig, finanziell, emotional, so ein Zentrum aufzubauen und am Laufen zu halten. Und du darfst nicht vergessen, dein Job ist eigentlich ja nicht Zentrum aufbauen, sondern Qigong-Lehrer, Lehrerin. Das ist nicht der gleiche Job. Da zweifelt man manchmal dran, wenn man ein Zentrum hat, ist mein Job überhaupt noch Qigong-Lehre? Und dann geschieht es, wie ich es bei mir erlebt habe, aber auch bei anderen, von denen ich, wo ich wusste, die haben auch ein Zentrum. Du siehst das fast in deren Gesichtern schon. Das ist so ein ganz spezieller Stress, der in den Gesichtern steht, so ein Zentrum zu haben. Wenn du genau hinguckst, Leute, die ein Zentrum haben, selbst wenn es gut läuft, die müssen ja auch, oder wollen ja auch Kurse geben. Und auch in den Kursen merkst du das, dass die zum einen da, ja, als Kursleiter da agieren, aber auch immer als Zentrumchef immer im Blick haben, werden da keine Getränke verschüttet auf dem Boden und, und, und. Ja, das ist, man ist sozusagen in mehreren Rollen gleichzeitig. Und ich finde, das ist wie Gift für die, wenn ich jetzt mal auf Qigong, auf Qigong beziehe, für die Qigong-Kultur und das eigene Qigong und auch die Qigong-Lehre. Weil zwischen dir und den Schülern, da sollte die Verbindung sein, wie ein Rohr. Ja, stell dir das vor, du bist mit einem Schüler oder mit einer Gruppe verbunden und diese Verbindung, durch dieses Rohr schickst du Informationen durch, Qigong oder Gefühl, Energie. Und das wird, dieser Austausch zwischen dir und deinen Gruppen, dir und deinen Schülern, wird aus meiner Sicht krass gestört durch ein eigenes Zentrum. Das hängt da dann häufig dazwischen noch und ist ein Rohrverstopfer. Und das habe ich deutlich gemerkt. Das mündet dann häufig darin, dass man Spaß an Qigong verliert, Spaß am Kurse geben verliert, weil alles nur noch stressig ist, unter Druck, unter Leistungsdruck. Du darfst nicht verreisen, du darfst nicht krank werden. Du musst immer funktionieren, egal wie es dir geht. Du darfst nicht nach deinem Energiegefühl gehen und sagen so, ich brauche jetzt mal ein halbes Jahr Lehrpause, ich muss mich heute nicht, ich muss mich im Inneren weiterentwickeln. Und solche Entwicklungsschübe brauchst du als Qigong-Meister, Meisterin. Das gehört zwingend dazu und es ist nervig und teuer und wie soll man das finanzieren und vor den Mitmenschen verkaufen, dass man sich mal für ein halbes Jahr zurückzieht und nichts macht. Ja, wovon soll man dann leben und so? Ja, das kriegst du gerade hin mit einer kleinen Wohnung, wie ich sie habe. 35 Quadratmeter. Kannst du dir dann schon mal so ungefähr ausrechnen. So viele Quadratmeter bleiben dir. Am besten ein Zimmer, Studio-Apartment, so wie ich es habe, wo Küche, Bett, du hast gerade mal ein abgetrenntes Klo. Das ist so wirklich das Höchste der Gefühle mit einem eigenen Klofenster. Das gibt es bei mir. Das ist mein Luxus. Ich will mich darüber auch gar nicht aufreden. Ich liebe meine Wohnung. Ich lebe da voll gerne drin. Das ist wie ein luxuriöses Hotelzimmer. Also genau so sehe ich das. Und ich lebe da gerne drin. Ich liebe Hotelzimmer. Also es ist auch voll mein Ding, aber vor allen Dingen, es ist die 450 Euro, die ich jeden Monat zahle oder so, da muss ich nicht den ganzen Tag über die Miete nachdenken und Hypotheken und wie ich mein Leben abbezahle, sondern ich kann auch mal ein bisschen zurücktreten und muss nicht nur aufs Geld gucken, auf Cashflow. Und beim Zentrum, da geht es schon so. Da würde ich auch empfehlen, Zentrum ist nicht schlecht, aber meine Lösung besteht darin, die Schüler müssen dir das Zentrum bauen und organisieren, nicht du. Du musst also so groß werden und so bekannt und so eine große Schülerschaft haben, die auch schon so lange bei dir ist und so mit dir verwachsen ist, dass die Schüler sagen, Meister, Meisterin, wir bauen dir ein Zentrum. Also nicht dir, sondern wir bauen uns ein Zentrum, wo wir üben wollen und laden dich ein, dass du uns darin lehrst. Dann würde ich sagen, ja, das, das, da wird ein Schuh draus. Und dass dann viele Leute das tragen, aber nicht, nicht, dass der Meister das bezahlt und das Geld dafür gibt und sagt, ich gehe das unternehmische Risiko ein, ich muss alles tragen und ertragen und die Schüler dürfen kommen und gehen, wann sie wollen. Nee, das ist eher, so ein Zentrum muss eigentlich aus einer Verpflichtung der Schüler heraus entstehen und nicht, dass der Meister sich da verpflichtet. Das ist meine Ansicht. Und ansonsten mietet man sich halt Räume an. Das ist sehr viel freier, sehr viel leichter, wenn dann irgendwas nicht stimmt, zu klein, zu groß die Räume, dann ändert es man halt im Laufe der Jahre ein paar Mal. Das habe ich auch getan. Ich war da wirklich Wandernomade. Ja, also eigenes Zentrum kann ich nicht empfehlen. Das macht ganze Existenzen kaputt. Das kann dir dein ganzes Berufsbild, Berufsgefühl, ich spreche mal vom Berufsgefühl, Wortschöpfung des Tages. Das kann dir dein ganzes Berufsgefühl und auch so mit deiner Berufung, die du echt hast, die stimmt, kannst kaputt machen. Das ist mir passiert, dass du wirklich traumatisiert bist und sagst, ich habe keinen Bock mehr auf das Ganze. Ich kann Stigung nicht mehr sehen, weil es einfach so traumatisch war, das Gesamterlebnis mit Finanzen und Zentrum verlieren und sowas. Corona kommt dann auch noch und so. Ja, das ist, überlegst dir zweimal und nochmal mein ganz heißer Tipp, auch wenn du sagst, ich verstehe, was du meinst, aber mir ist das anders. Okay, dann bau dir dein Zentrum auf und sieh, was geschieht. Wie gesagt, nochmal der heiße Tipp ist, lass die Schüler, wenn es soweit ist, das Zentrum bauen und bis dahin sei vogelfrei und genieße die Leichtigkeit. Die Schüler werden dich dafür lieben, dass du so leicht und frei bist und nicht beschwert von den Alltagssorgen eines Zentrums. Wir haben aber noch was. Genau, auch viele Sachen. Kurse geben gehört auch dazu. Vielleicht kann ich das schnell abhaken. Kurse geben. Ja, habe ich auch viele Jahre gemacht. Mache ich inzwischen nicht mehr und nicht, weil, oh, weiß nicht, sondern das ist natürlich aus Klarheit erwachsen. Da habe ich mich mal wieder gehäutet, dass ich gemerkt habe, bei Seminaren geht es in die Tiefe. Man lebt für zwei Tage praktisch zusammen oder noch länger, vier Tage, noch länger, wie man mag. Und da gehen wir mit der Übung wirklich mal in die Tiefe. Im Kurs kommen die Leute einmal in der Woche für eine Stunde vorbei. die kommen normalerweise aus dem Alltag gestresst, jeder aus einer anderen Richtung. Und dann gibt es Wellness, die tanken ein bisschen auf und dann gehen alle wieder. Und einige bedanken sich sogar am Schluss und sagen, boah, das tut mir wieder so gut. Diese Kursstunde in der Woche, das ist so meine Insel. Und dann denkst du, ich mache doch wirklich was Schönes für die Welt. Aber es geht häufig nicht in die Tiefe und die Leute, ich würde mal sagen, wenn du sagst, ja, ich will auch nur Turnlehrer sein und die Leute, das ist genau das will ich, Bescheidenheit, dann sage ich, ich mache es. Ja, probiere es aus. Bei mir persönlich war es so, dass ich auf Dauersgefühl hatte, ich bin der Schlüsseldienst. Alle Schüler kommen nur, wann sie wollen. Auch im Sommer, wenn schönes Wetter ist, dann sind die Kurse immer nur halb voll. Also diese Unverbindlichkeit, dass ich immer da sein muss und die anderen nur, wenn sie Lust haben. Und das hat mich sehr frustriert. Sehr. Weil ich dachte, Mensch, hier geht es eben nicht darum, dass ich eine Dienstleistung anbiete, aber da geht Qigong halt in Richtung, da bekommst du mir den Charakter einer Wellness-Dienstleistung. Und das ist auch nicht schlimm. Und für die Anfangsjahre, würde ich auch sagen, um so ein Gefühl für das Lehren zu bekommen, ist das Kurzformat Kursstunde, halbe Stunde bis Stunde, sehr viel einfacher, besser und sinnvoller, als wenn du direkt mit zwei Tagesseminaren oder drei Stunden Workshops anfängst und du weißt gar nicht, wie du die Zeit füllen sollst. Oder da einen Spannungsbogen aufbaust, über zwei, drei, vier Tage. Ja, also das ist ein ganz anderes Kaliber und mit einem kleinen Kaliber anzufangen, ist schlau. Sehr gut. Ja, aber wie gesagt, Kurse auf Dauer ist halt, wie gesagt, Dienstleistung und es geht dann vor allem, wie viele Kurse musst du geben, um davon zu leben? Rechne dir das mal aus. Wenn du dir ausrechnest, wie viel ein Teilnehmer zahlt pro Kursstunde oder pro Szenakarte und wie viel Teilnehmer in einem Kurs sind, realistisch, nicht, was du gerne hättest, was echt schon da ist und wie viele Kurse du dann geben musst die Woche, damit dann am Ende brutto, wovon du dann wieder 30 bis 50 Prozent Steuern zahlen musst, ja, wenn du das alles ausrechnest, da wird dir schwarz vor Augen. Mit Seminaren zu arbeiten ist finanziell auch leichter als mit Kursen und vor allem mit Kursen und Seminaren. Das führt dazu, dass du unter der Woche arbeitest, jeden Tag Kurse, um dann am Wochenende Seminare zu geben. Nicht vielleicht jedes Wochenende, aber öfter. Auch das führt oft zu klassischen Burnout-Situationen, dass du nur noch am Arbeiten bist wegen Kursen und die werfen nicht mal unbedingt so viel ab. Überlegst dir zweimal. So, jetzt haben wir nur noch eine Minute. Ich überziehe heute vielleicht noch mal ein, zwei, drei Minuten, weil ich habe noch ein Thema, was ich, eine schöne Illusion, die ich dazu geben würde und zwar das Verhältnis von Schüler Quantität, Qualität gehört auch zum Geldverdienen dazu oder dieser Wunsch, ich will viele Schüler haben. Haben nicht alle, ich weiß, viele denken gar nicht dran, wie viele Schüler, es werden halt irgendwelche Schüler da sein, aber wenn man das ernsthaft betreibt, dann muss man sich auch mal Gedanken machen, wie viele Schüler brauche ich denn, möchte ich denn, womit fühle ich mich wohl oder wenn ich wirklich auch Geld verdienen möchte damit als Beruf, was, wie viel brauche ich denn dann, dass das so hinhaut einigermaßen und da dann diese bittere Geschichte, dass die Schüler Quantität, also die Anzahl der Schüler, die kann man natürlich durch gewisse Werbemaßnahmen und so oder ich sage nur mal betriebliches Gesundheitsmanagement mit Krankenkassen, da haben wir das Thema wieder zusammen. Das ist so das Ding, wenn du damit Geld verdienen möchtest, mach betriebliches Gesundheitsmanagement, Gesundheitstage für Unternehmen, da ist das Geld zu holen. Geil! Habe ich mit Barmer GK auch ein paar Jahre gemacht. Heute nicht mehr, die wollten mich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum. Ich war doch so lieb. Nein, ich war nicht lieb. Doch, ich war lieb, aber ich hatte echt keinen Bock mehr. Warum nicht? Um es kurz zu sagen, beim betrieblichen Gesundheitsmanagement und auch Berufsfortbildung für Physiotherapeuten gehört auch noch zum großen Teil dazu. Das mache ich immer noch, aber nicht mehr betriebliches Gesundheitsmanagement, weil der größte Teil deiner Schüler, in Anführungsstrichen, die dann da sind, wollen gar nicht da sein. Der Chef sagt, heute ist Gesundheitstag, ihr müsst da mitmachen. Mach mal mit Leuten Schigungen, die das für Schwachsinn halten. Das macht dich so fertig, selbst wenn du nicht sensibel bist, auch nicht hochsensibel. Das macht dir dein Schigungen komplett kaputt. Mach ein, zwei Gesundheitstage oder irgendwo auf der Messe dann, wo alles laut, totales Gewirbel und du kriegst irgendwie so mit Stellwänden ein bisschen fünf Quadratmeter abgetrennt, da stehen dann acht Leute. So, jetzt in diesem lauten Trubel machst du jetzt mal Schigungen. Keiner versteht dich, wenn du was sagst, weil es so laut ist und das ist dann betrieblicher Gesundheitstag oder so. Und dann verdienst du da an einem Tag vielleicht doch 500 bis 1500 Euro und denkst dir, geil Schotter, aber du warst wirklich wie so ein Qigong-Sexsklave irgendwie gefühlt. Du musst all das machen, was die von dir wollen, wie lang, was du da machst, aber du kriegst auch Geld, aber du fühlst dich danach wirklich, wie ich habe meine Seele verkauft, damit ich Geld mache. Aber das Erlebnis war ganz, ganz schlimm. Also in diesem Sinne, BGM, von meiner Seite aus gibt es kein Prädikat-Empfehlung, aber vielleicht gehst du damit auch anders um oder siehst es locker oder sagst du dir doch, da habe ich Spaß mit. Ich wüsste schon, wie ich mit denen umgehe, damit wir alle Spaß haben. Das dachte ich auch, aber ich habe es natürlich auch auf eine lockere Art gemacht und selbstironisch und so, aber nee. Und heute bin ich ganz zufrieden hier. Also das ist jetzt so wirklich mein Ding. Gut. Und ach ja, noch Social Media. Also Qigong-Lehrer heutzutage zu werden, komplett ohne Social Media-Auftritt oder Web-Auftritt, kann man probieren, wenn du schon genau weißt, wie du es machst. Aber normal kannst du dich schon mal an den Gedanken gewöhnen, dass du auch so wie ich so zumindest auf irgendeiner Plattform dich mal zeigst, um Verbindungen zu machen mit Schülern und auch, dass Leute dich kennenlernen können und so. Das gehört dazu. Das ist dann dein Qigong. Ich sag's ja nur. Also in dem Sinne, schön, dass du wieder mit dabei warst heute. Ich hoffe, es gab heute einige interessante Punkte für dich und wir sehen uns spätestens, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen oder hören. Bis dann. Ciao.